Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Sebastian, ihr befindet euch hier auf der Mehlwerkskochzeit und ich wollte ein kleines Infovideo machen für alle meine Abonnenten und zwar weil ich im Moment nicht allzu viele Videos hochladen kann beziehungsweise keine, weil ich ultra viel zu tun habe mit Job und Studium aber nächsten Monat und die nächsten Monate kommen wieder ganz tolle neue Rezepte und Videos und Ideen für euch aber im Moment habe ich echt eine Menge um die Ohren ich hoffe ihr versteht das und des Weiteren haben wir die 1000 Abonnenten erreicht ja, danke euch dafür, dass ihr meine Videos anschaut, mich abonniert, kommentiert vielen Dank wenn ihr im Moment die Sachen so ein bisschen verfolgen möchtet ich lade zwischendurch von gekochten Sachen, Essen immer mal wieder ein Foto auf Facebook hoch unter Mehlwerkskochzeit, da könnt ihr mich verfolgen was gibt es sonst noch Neues auf meinem anderen Kanal lade ich demnächst ein Video hoch über Tough Mudder das ist so ein Matschlauf über 18 Kilometer wen das interessiert, der kann einfach mal reinschauen hier erscheint jetzt der Link dafür, könnt ihr mal einfach draufklicken und euch das reinziehen ansonsten, ich glaube das war's eigentlich ich wünsche euch ein schönes Wochenende und macht's gut Ciao 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 Jahrgut 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 Jahrgut